Live-Probleme beim Live-Streaming. Ja, Live-Streaming ist immer was Spannendes, es kann immer mal was passieren und wir haben heute mal ein kleines Versuchsfeld aufgebaut, um zu schauen, wie könnt ihr vielleicht reagieren, wenn ihr streamt mit den ATEM Mini oder mit den ATEM Mini Xtremen. Aus unserer Erfahrung kann man sagen, die Dinger sind recht zuverlässig, sie streamen sauber, sie machen wenig Probleme, aber ab und zu kommt es trotzdem mal vor, dass ein ATEM Mini, nämlich so ein Tink oder ein ATEM Mini Xtremen, so ein Teil, dass der Probleme macht und was kann man dann tun, wenn er Probleme macht und das möchte ich euch heute einfach mal nachstellen. Und zwar vielleicht mal zwei Geschichten von Fehlern, die wir hatten bisher, vielleicht hat jemand anderes auch andere Fehler, ihr könnt es gerne mal in die Kommentare schreiben, wir haben einen Mini Xtremen gehabt, den Xtremen, genau, da haben wir aufgezeichnet und der Puffer lief voll bis zu 80% und dann blieb der Puffer bei 79, 80% immer und schwankte immer hin und her und wir haben gleichzeitig gestreamt und wir haben es aufgezeichnet auf einer SSD-Festplatte und dass wir danach festgestellt haben, dass die Aufzeichnung in dem Moment weg war, zumindest können wir es ungefähr zeitlich zuordnen zu dem Punkt, wo dies mit diesem Puffer passiert ist. Das heißt, der Puffer blieb die gesamte Zeit dann so gleich, der hat sich auch nicht mehr groß verändert, aber die Aufzeichnung war dann nicht mehr da und in dem Fall waren wir froh, dass wir die Aufzeichnung noch hatten auf dem YouTube-Stream, weil da hat es natürlich dann trotzdem aufgezeichnet, aber es ist natürlich eine Qualitätsfrage und wir haben einmal eine ganz lange Veranstaltung gemacht, da ließ sich der ATEM Xtremen gar nicht mehr bedienen, passend, wenn jetzt die Feuerwehr vorbeikommt oder der Krankenwagen, da ging es halt nicht mehr, da mussten wir ihn einfach stromlos machen und das ist übrigens der Typ, den wir euch heute mitgeben möchten, wenn ihr wirklich mal ernsthafte Probleme habt, das passiert sehr, sehr, sehr selten, aber man muss in diesem Moment ruhig bleiben, was kann man tun, wenn ich einen Stream habe und der ATEM halt Probleme macht und diesmal vielleicht nicht die Internetverbindung ein Problem ist. So, das heißt, wir haben einen Versuchsaufbau für euch wieder zusammengestellt, hier ist quasi nur die Bildquelle, also in dem Fall haben wir keine Kamera, haben wir nur einen Laptop mit dem Hallen-Hockey-Spiel, was wir einfach laufen lassen und was auch eine Uhrzeit hat, das können wir mal zeigen an dem Multiview, da sieht man hier, dass man da also quasi die Uhrzeit hat, das starte ich jetzt schon mal und das heißt, jetzt seht ihr, die Uhrzeit laufen, die Minuten laufen, dass wir einfach nur wissen, was passiert, dann haben wir hier an dieser Stelle einen Empfangsrechner, das heißt, diesen Rechner tun wir nur so, als wären wir die Zuschauer draußen, der ist sonst gar nicht hier gekoppelt und hier haben wir natürlich das ATEM-Studio drauf und wir haben natürlich das Streaming-Deck von YouTube drauf und jetzt machen wir im ersten Schritt, dass wir den Stream starten, wir haben den Streaming-Schlüssel und alles schon vorbereitet, das heißt, ich drücke hier auf On-Air, zack, ihr seht es, es leuchtet und es blinkt auch nicht, das heißt, der Stream kommt an. Als nächstes kann dann der Tim hier schon draufschalten auf das Streaming, auf das YouTube-Studio und da sehen wir schon an dieser Stelle eine gute Verbindung und was manchmal an dieser Stelle passiert, da dürft ihr euch auch nicht nervös werden lassen, manchmal dauert es, bis ein Bild kommt und ich habe auch schon manchmal Fälle gehabt, wo gar kein Bild gekommen ist und dann kann ich euch nur raten, geht auf Reupload und lade das Bild nochmal hoch. Ihr seht jetzt zum Beispiel, wenn ihr gerade bei einer Veranstaltung seid, könntet ihr jetzt nervös werden, weil da ist dieses, weiß gar nicht, wie das Ding heißt und das dreht sich und dreht sich und dreht sich und er sagt, gute Verbindung, aber wir sehen kein Bild, obwohl wir, auf Kamera 4 vielleicht nochmal ganz kurz schalten, obwohl wir ein Bild rausgeben und auch der ATEM uns sagt, es ist alles in Ordnung im Multiview, aber es kommt kein Bild. Jetzt gehen wir mal zurück auf die Kamera 2 und dann machen wir jetzt folgendes in so einer Situation, lasst euch nicht nervös werden, geht einfach auf diese Seite neu laden und dann sollte, hoffen wir mal, ein Bild da sein und wenn es jetzt nicht da ist, ist natürlich der Vorführeffekt wunderbar da. Nein, jetzt sehen wir das Bild, also erste Sache Travel Shooting, in dem Fall nochmal neu laden und jetzt starten wir den Link, den Stream, der natürlich intern ist, den veröffentlichen wir jetzt nicht, so und das heißt, jetzt wird der Livestream gestartet und es läuft und jetzt können wir gleich, das dauert ein bisschen, auf unseren Ergebnisrechner schalten und dann werden wir dort auch nochmal hingucken und das nochmal laden und dann müsste jetzt eigentlich in wenigen Sekunden das Bild auch erscheinen. Ihr seht, es ist da und jetzt haben wir das Ergebnis einfach so da und jetzt ist es eigentlich ideal und jetzt läuft eigentlich alles durch. Das heißt, wir haben jetzt unser typisches Set, wir haben Bildquellen, in dem Fall zwar nur ein Laptop, aber sonst normalerweise natürlich Kameras, die gehen in den E-TEM rein, in den E-TEM Mini Pro in diesem Fall, aber das kann genauso ein Extrem sein und wir streamen es raus und das Ganze geht dann halt zu den Endverbrauchern. Also alles ein ganz, ganz einfaches Set. Aber was passiert jetzt halt, wenn in diesem Fall der E-TEM Mini Pro abstürzt? Und das Ganze möchte ich euch jetzt mit euch mal simulieren, weil das kann mal passieren und einfach nur, wenn ihr dafür eine Routine habt, dann werdet ihr nicht nervös und dann kann nicht so viel passieren für euch. Das heißt also, er ist abgestürzt, wir können rein theoretisch nicht mehr umschalten und wir tun jetzt einfach so, dass es ist. Wir haben es von ungefähr 50 Streams, war es einmal der Fall, würde ich sagen, aber es kann passieren. Und in dem Fall kann ich nur eine Sache raten, ganz, ganz schnell stromlos machen, zack, hinten abdrehen, das ist so ein bisschen geschraubt. Abdrehen und das Schöne ist, jetzt ist also mal kurz keine Verbindung mehr da, jetzt warten wir mal ein paar Sekunden. Und jetzt machen wir wieder an. Und ihr könnt rein theoretisch gesehen gleich sofort weiter streamen und zwar jetzt auf On Air geben. Und wir können jetzt mal sehen, was im YouTube-Studio passiert. Da sagt er uns natürlich jetzt keine Daten. Wir sind bei 3.19 stehen geblieben, wie ihr seht. Jetzt sagt er wieder sehr gute Verbindung und wir sind bei 3.38 weiter. Das heißt also, ihr seht, es ist im Prinzip nichts passiert, außer, dass ein Teil des Streams halt weg ist. Das wäre natürlich echt ärgerlich, wenn es zu einer wichtigen Zeit ist. Aber das ist das Schöne bei diesen ATEMs. Es gilt für den ATEM Mini Pro, für den ATEM Mini und für den ATEM Mini Extreme ISO. Ihr könnt halt sofort das Ding kurz stromlos machen und wieder starten und das geht. Wichtig ist natürlich, bei den ATEM Mini geht es natürlich nicht so, aber bei dem ATEM Mini Pro und bei den ATEM Mini Extreme geht es ohne Probleme so in der ganzen Richtung. Und schon habt ihr das ganze System wieder am Laufen. Das kann mal vorkommen, es passiert extrem selten, aber ich wollte euch nur ein bisschen die Beruhigung geben, dass das Ganze mal sein kann. Und dann einfach kurz stromlos machen, wieder den Stream starten und alles ist okay. Wir wollen ab jetzt regelmäßig jeden Montag oder Dienstag, wahrscheinlich, wann machen wir es denn, Tim, am Dienstag? Wir werden wir öffnen. Jeden Dienstag um 10 Uhr gibt es ein neues Video zum Thema YouTube und Technik. Manchmal vielleicht auch nochmal zwischendurch eins, aber jeden Dienstag um 10 Uhr gibt es ab jetzt ein neues Video für dieses Jahr. Das haben wir uns vorgenommen für 2022. Und das heißt also, dieses Video, damit starten wir jetzt heute am 4. Januar ist es dann um 10 Uhr mit diesem Video. Und nächste Woche gibt es ein anderes Thema. Und wie gesagt, ab und zu mal schaut mal rein zwischendurch. Werden wir auch mal was Kleineres zwischendurch machen. Eines der nächsten Themen wird sein, wie lösche ich meinen YouTube-Kanal. Das Ganze gibt es dann hier. Und bis dahin wünsche ich eine schöne Zeit. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Ja, sí. Bis dann. Schnauze Conference. Vielen Dank.